Jeden Morgen um acht wird das Waberbrechen gebracht. Na kommt meine Süßen. Ja ist ein Scheißwetter, ich weiß. Ich bringe ja schon das Breiche. Hier wird er schon mal fleißig. Was denn los? Troste ich nicht in den Stall? War wieder was? Hat euch jemand geärgert? Wäre nicht das erste Mal. Jetzt werden wir ein bisschen mehr machen. So. Einfach haben sie schwer getressen. So. Breichen hat er. Okay. 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 So. 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 Das ist ein bisschen mehr zu machen. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.